Bhagavad Gita Vers 4.18 Wer nicht handeln in handeln und handeln in nicht handeln sieht, ist ein wahrhaft intelligenter Mensch und gründet in der Transzendenz, obgleich er alle Arten von Aktivitäten ausführt. Erklärung Ein Mensch, der im Krishna-Bewusstsein handelt, ist selbstverständlich von den Fesseln des Karma frei. Er verrichtet alle seine Aktivitäten für Krishna, daher genießt oder erleidet er nicht die Auswirkungen seiner Arbeit. Folglich zählt er zu den Intelligenten der menschlichen Gesellschaft, obwohl er mit allen Arten von Aktivitäten beschäftigt ist. Akarma bedeutet Arbeit, die keine Reaktion mit sich bringt. Der Unpersönlichkeitsanhänger beendet alle fruchtbringenden Aktivitäten, weil er befürchtet, dass Reaktionen entstehen, die Hindernisse auf dem Pfad der Selbstwirklichung sind. Aber der Anhänger des Persönlichen kennt sehr wohl seine Position als ewiger Diener des höchsten persönlichen Gottes. Aus diesem Grund beschäftigt er sich in den Aktivitäten des Krishna-Bewusstseins. Weil er alles für Krishna tut, genießt er in der Ausführung seines Dienstes ständig transzentales Glück. Diejenigen, die in dieser Weise beschäftigt sind, haben kein Verlangen nach persönlicher Sinnesbefriedigung. Das Gefühl, der ewige Diener Krishnas zu sein, schützt den Menschen vor allen Reaktionen auf seine Handlungen. Das Gefühl, der